Willkommen, wir sind mal wieder auf Sardinien, wer hätte das gedacht? Willkommen bei Motorrad und Reisen, den Videobesprechungen von zwei großartigen Sports-Touring-Bikes. So nennt Yamaha seine Niken GT und die neue Tracer 9 GT Plus. Plus, wieso Plus? Plus, weil sie ab sofort mit Radar zu bekommen ist. Und dieses Radar ist eine ziemlich coole Angelegenheit, weil das Radar ist zum einen eine Adaptive Cruise Control, ACC, wie man es so kennt. Man stellt das Ganze ein, der Radar hält konstant den Abstand zum Vordermann mit einem vierfach verstellbarem Abstand und der vorgewählten Geschwindigkeit. Und es kommt hinzu, eine Bremskraftunterstützung. Diese Bremskraftunterstützung arbeitet ebenfalls über das Radar, was sich hinter dem Plus versteckt. Und die bewirkt wiederum, dass wenn das Radar respektive die Sensorik dahinter das Gefühl hat, man bremst eigentlich nicht hart genug, sie unterstützend eingreift. Ohne dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich verliere die Kontrolle über das Motorrad. Das funktioniert ganz famos. Famos. Famos arbeiten auch diese beiden Motorräder. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Niken, kommen wir mal kurz darauf, die sind wir nämlich zuerst gefahren. Vorne die Parallelachsen, kennt man ja. Ist ein relativ heikles Thema. Viele sagen, ich fahre doch kein Motorrad mit drei Rädern. Ich sage, erstmal ausprobieren und dann eventuell sagen, finde ich doof. Weil vom Fahren her, muss man ganz ehrlich sagen, sind diese beiden Räder vorne große Klasse und großes Kino. Damit kann man Schräglagen fahren. Bis 45 Prozent gibt Yamaha offiziell aus als Schräglage. Gefühlt waren es gestern vielleicht ein paar mehr. Laut MyRide-App waren es zumindest 43, 43. Aber ich habe so ein, zwei Kollegen im Rückspiel gehabt, da würde ich schwören, das waren mehr als 45 Grad. Das machen diese beiden Reifen vorne ohne Probleme möglich. Denn die haben im Prinzip eine Steigerung des Grips an der Vorderachse von 70 bis 80 Prozent, wenn ich mich recht erinnere. Der Motor ist im Prinzip der gleiche mit einer etwas anderen Abstufung. Hier haben wir 115 PS und knapp 91 Newtonmeter. Hier haben wir 119 PS und 93 Newtonmeter. 273 Kilo. Um die 223 oder 270 Kilo. 223 Kilo. Also wir haben 50 Kilo Unterschied und die merkt man tatsächlich natürlich wie Hölle. Also wenn man erst die Niken fährt und dann am nächsten Morgen auf dieses Motorrad steigt man immer in 223 Kilo. Dann denkt man, oh ich sitze auf den Kick. Total easy, total leicht. Ist sie auch. Die große Stärke der Tracer war schon immer, nicht zuletzt deshalb hat das Sports Touring Segment über 20 Prozent oder 20 Prozent bei Yamaha. Die große Stärke ist, das ist eins von diesen Motorrädern, die eigentlich alles ganz von alleine machen, hat man den Eindruck so. Man steigt so irgendwie auf und man fährt so los und alles funktioniert ganz hervorragend. Es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, die bei Yamaha anders sind als bei anderen Herstellern. Das Wechseln der Mode zum Beispiel, also der Fahrmodi, erfolgt hier über erst das Gas schließen, dann auf die Mode-Taste drücken, während es bei den meisten anderen Herstellern eher so ist. Mode einlegen, Gas kurz schließen, dann ist er drin. Hier ist es genau andersrum. Das einzige, was ich vorhin schon im Gespräch mit Kollegen sagte, was mir aufgefallen ist, es gibt keinen selbstständigen Blinker-Rücksteller. Liegt mir persönlich immer sehr am Herzen, weil ich schussel das meistens, vergesse ich, gebe das zu. Ich bin einer von denen, die immer vorne wegfahren mit Blinker, wenn sie denn keinen automatischen Blinker-Rücksteller haben. Haben beide leider nicht, finde ich persönlich ein bisschen schade. Ansonsten haben wir hier für inklusive beim Händler abholen, hinstellen knapp 16,9, 16,8, 16,9 haben wir hier die Tracer. Und für dann doch immerhin 18,4, aber inklusive Händlergebühren und Nebenkosten haben wir die Niken. Beide sind für die große Reise ausgestattet. Die Tracer GT hat, genau wie die Niken, das klassische Kofferset mit 2x30 Liter rechts und links, passt jeweils einen Integralhelm rein. Bei der Tracer gibt es on top noch einen Top Case mit, ich meine 46 Litern. Das wiederum fällt bei der Niken flach, die hat keine Homologation für einen Top Case. Fahrspaß bei beiden, ganz ehrlich, enorm. Also Sardinien ist natürlich per se, darum sind dieses Jahr auch viele Hersteller hier mit in Präsentation. So eine Insel, die tatsächlich unfassbare Kurven, unfassbar schöne Straßen. Es gibt die wichtige, die interessante SS 125, Sardinien-Urlauber werden sie kennen. Führt über die Berge, ist stellenweise neu asphaltiert oder zumindest frisch asphaltiert. Ist ein unfassbarer Traum mit beiden Motorrädern, was auch an der Bereifung liegt. Wir sind hier mit Bridgestone unterwegs, die einen ganz hervorragenden Job gemacht haben. Wir hatten ein bisschen Regen zwischendurch, aber nur ein bisschen, hat sie problemlos weggesteckt. Natürlich ist per se bei Regen die Niken das bessere Bike, weil sie einfach zwei Vorderräder hat und total sicher fährt. Es ist einiges neu für dieses Jahr, darum sind wir auch hier. Neue zum Beispiel ist der Schnitt der Sitzbänke. Bei beiden ist der etwas schmaler geworden und der ist ein bisschen anders aufgepolstert, damit man ein bisschen besser mit den Füßen auf den Boden kommt. Also sie bauen in der Mitte jetzt ein bisschen schmaler, was sehr angenehm ist. Beide haben ein 7 Zoll TFT-Display, was in einem großen Gehäuse ist, wo dementsprechend die eigentlichen Anzeigen für Blicken ETC noch neben dem eigentlichen 7 Zoll Display sind. Das Ganze kann man koppeln mit der MyRide App, dementsprechend sein Handy drauf spiegeln und man kann es auch, wenn man möchte, gebührenpflichtig mit der Garmin App wiederum koppeln. Dann hat man tatsächlich so eine richtig klassische Garmin Ansicht als Navigation drauf. Ziemlich cooles Gimmick, kann man gut machen. Aber wie gesagt, kostet pro Monat. Handy wiederum koppelt man inzwischen. Neu einfach nur noch per Bluetooth und nicht mehr wie früher per Kabel. Im Mai kommt die Niken, im Juni kommt die Tracer 9 GT Plus in den Handel. Mein Fazit, einfach mal ausprobieren. Ziemlich coole Bikes, große Touring-Bikes. Und gerade die Tracer 9 war bislang schon irgendwie einer von den Bestseller im Segment. Durch die Plus-Ausstattung ist sie tatsächlich jetzt ein noch moderneres Bike. Und für mich eine klare Empfehlung. In dem Sinne, alles Liebe, Grüße von Sardinien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.